herz der leute und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge pvz heute mit den legend of the lawn pflanzen und markus ja wir spielen heute mal wieder das legend of the lawn DLC und versuchen da mal wieder den Sieg natürlich zu erringen so wie das letzte mal bei Sombos download ist mal hoffen wir dass es nicht so ewig dauert vor allem nicht wieder bei den zombies wo wir drei oder vier versuche gebraucht haben und wusste der ist bei mir links unten es ist mir schon klar du bist sind auch schon zwei in schießt dran alle die stone und ich auch ich habe ja und ich habe ganz viel ist es gemacht und ich bin auch schon weg das heißt schnapperding bei dem ding habe ich immer noch nicht gecheckt was der vorteil ist 125 leben langsam verdaut langsam 5 ich verstehe noch nicht die eine gewisse schnapperding da ist jemand da ganz oben alter und schießt mega kanonen auf dem berg alter so assi ja genau der mit ihren scheiß drohnen hier schon wieder es ist sie doch rocket scheiß dreck nach gott dieser strahl ist es ist er mit seiner scheiß nirgern ohne er was von gedrückt aber dann ist wie ich der stoffer den ja ich bin tot weil ich einfach viel zu wenig leben habe und ich überhaupt keinen vorteil in diesem schnapper sehen muss ich immer noch sagen ich check nicht was dieser schnapper einbringen soll schlechter wie jeder andere weniger leben wie jeder andere hat überhaupt keinen vorteil irgendwie außer dass er vielleicht ein bisschen besser getan das wieder ist was aber irgendwie nicht so wirklich den vorteil bringt ja klar Elien Blume gegen ihr Elektriker und da will ich weg und der Hälfte 2 Prozent geht hier ab schnellfeuer rugby werfer ja wir haben halt ein bisschen wenig leben als eine lune aber ich hätte wieder geholt zumindest versuchen es welche das ist ein Blum ist der Känze Garten Sonderfahrers Wurter die Prozent und also bei dir ich den Garten erst ist einfach totweise alle von überall mit distanz davon reinhalten das ist auch eine sehr langweilige spiel taktik aber jetzt werde ich zurückschießen aber immer natürlich den garten jetzt wo ich den sniper hätte verleben in den garten und es ist einfach instant einer von denen hinter mir er hat zumindest den einen weg und da kommt auch schon der nächste was machen wir alle schon jetzt am sporn rum haben die schon alle am sporn gekämmt die ganze zeit oder was das merkt alter was jeden mehr das haben die für der Kürcher Kammelkacke erhältlich der Kälte ob wir erhalten er hat durch die Tue ich erhält er was hat ihn erwischt und den hat seine Stoffe Rüßtel Schäuble sei der Bieter lief Tom hatte vor der Exit Abed der Wotter steht da oben steht auch noch einer über dir steht wieder einer mit ranger geht zum teleporter wort der ort ganz viel sniper auf einmal gleichzeitig feuer auf mich eröffnet alles tarnranger da hinten das ist es in zwei partie gegen das wir hier spielen alle hälfte wo hinter das sind drei vier leute push der wir das hängt die kommen jetzt schon recht im garten was ist jetzt passiert der heilige garten ist einfach explodiert ich habe es geschafft ein zu fressen und in dem moment wo ich den mund hatte war ich auch tot von einem sniper ingenieur elektrikern der Künstler seit dem Elektriker und jetzt bin ich eben mit der nicht die denn für ein bisschen alles in Verstecken aus dem Mocken ja ich habe einen Weg geholt Bach komme Ehe was müssen ist jetzt ist ein Sitter aus dem Nichts dann seit ihm wieder hart gerätiger das ist einfach drei Drohnen ey kein Wunder er hat nur zwei weggeholt die Drohnen jagen jetzt nämlich das ist uncool ja und wissenschaftler gegen ja das Problem hatte ich auch gehört der hat mich auch weggeholt seine zwei Jahre schon schon die letzte Minute läuft zwischen die wieder alle rein und jetzt bin ich ja jetzt wo es wieder hart auf hart kommen bin ich wieder der sniper er hat es schon gut eigentlich ja der ist auch so gut als ob sie welche zu der plasma fast besser wird die muss ich ehrlich sein ja das ist wahr jaja und vor allem wird jetzt direkt schon wieder entschieden werden die seite überleiten aber erst im Krieg gemacht doch schon der dritte gewaltt Jörg Schäden läuft und da will ich dort er möchte ich in der Welt schulde ich verarschen er hat eine Sätze Prozent gewert sich zur Wahl der Zeit er hat eine Zeit ist schuld Poto Schulz ich habe zwei kills gemacht ja jetzt kann ja okay es wird zu viel aber ich habe noch zwei kills gewartet die rage time sie alles geschafft ist so unglaublich so schlepper dg diesmal bleibe ich direkt im garten glaube dass die beste methode glaube ich der stadt hat er überhaupt in uns überleben hier was praktisch ein gepackt sei schweibfels dann schleipfels die die Porta ist so nie 2 bei mir nö unterkackt ist der dumm kommt zu mir mit wir müssen da ist schlappert hier aber oh no ich bin ja der Hurensohn hier ist meine Pflanze die weggesnipe ja ich will nicht weg ja meine Sniperpflanze hat ihn weggeschossen der wohl nicht gekillt hat und wieder ein Topf Pflanze wieder mein Angstharsenpilz hat eingekillt ja ich glaube ich weiß wenn ich abgeballert habe der Pflanze wieder da oben boah was geht mit dem Hai ab weg nein ja das ist gut das ist gut mit seinem Blumen und Schnapper ja Garten ich glaube die wollen den TP gar nicht alles ist wo doch wollen sie wir haben da den der 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 sag die ich bin im Garten es würde ich ja ich freue mich heute du bist überrannt aber ja für zwei ich habe gekillt ein der bot sich selbst nein tut er nicht so aber da kommt auch mal zwei oder drei aber da ist immer noch ein schlapper von uns der hat alle weggeholt wenn der schlau ist wiederbelebte richter jetzt ist er auch tot er je blube was bist du okay dann kann ich zu wenig helfen oh fuck that shit jetzt schon wieder die letzte minute jetzt halten wir die kacke aber ich habe eine drohne raus ich bin jetzt auch schade hat dann die viele drohnen drohnen vorhöhung holen sagt sagt nein sie haben die drohne runter geholt und mein sniper pilz bleibt immer noch jetzt kommt die ganze ingenieure von der anderen seite reingetäckel das los bei denen jetzt haben wir einen weggeholt da ist der andere ing er hat den scheiß mega vorgeworfen und das elektriker ist doch asozial ich habe ihn geholt aber ich bin auch tot nachher aus dem graf hey komm schon komm schon komm schon komm schon nicht schon wieder die video gut der schon aufgeladener schoss wort der der hock da hinten und er ist alter ja leide das war dann mal eine runde von legends of the lord und wir sehen uns das nächste mal wenn wir das ganze dann doch mit den zombies abziehen und bis dahin würde ich sagen dass er aus dem ciao so natürlich nicht zu vergessen das glitzerpäckchen